Musik Ich sehe ganz viele Bagger, ganz viele Geräte, einfach in jeder Größe. Was macht denn Dusan da aus? Was habt ihr alles? Also wir haben Kettenbagger im Bereich von 14 Tonnen bis zum 53 Tonner. Wir haben Radlader auch im Bereich von ungefähr 12 Tonnen bis 33 Tonnen. Aber das ist auch nicht alles. Wir haben da noch im Konzern intern, wir bauen beispielsweise Atomkraftwerke, wir bauen Meerwasser- und Salzungsanlagen, wir bauen den größten Schiffsdiesel der Welt. Also es ist ein wirklich groß aufgestellter Konzern, der in jeder Sparte mitspielt. Groß ist da ein ganz gutes Stichwort. Sie haben wirklich ganz große Sachen aufgezählt. Hier haben wir aber eher ein ganz kleines Modell. Das ist richtig. Was macht das in eurer Palette aus? Was hat das da verloren? Naja, wir fangen bei 14 Tonnen halt an. Dieses Gerät wird dort häufig eingesetzt. Vor allem, sage ich mal, im städtischen Bereich, wo es dann auf den kurzen Heck ankommt. Weil dieses Gerät ist natürlich dort einsatzbar, wo es extrem eng wird. Und wie hat das gl Mehmet geht, wo es da SCH family Fantastic. Vor allem, sage ich mal kal